sein außerdem aber was habe ich verpasst er fand die drei monate fünf monate risa und von 18 monate wie wir dem dank willkommen ich bin pokémon feuerrot randomizer nassau challenge frei die sich verständlich lässt sich das beantworten direkt zu beginn westeros pokémon schwarz geworden falls ich dann das habe ich mal gemacht hoch und schwarz wurde fürchte ich weil ich das spiel absolut nicht mehr kannte die zweite hälfte erforderung ist es war sehr unangenehm sie wollte ich das ganze verdrängen wie auch immer oben und feuerrot ich denke sollte ich hinbekommen halbwegs zu wissen wo ich hingehen muss und was mich erwartet ihr habt das sein oder andere mal generation 1 gespielt weil man fairerweise sagen muss dass ich ja feuerrot und blattgrün nur sehr ungern gespielt habe ich hatte sie damals nicht und ich hatte so mal ausgeliehen und generell das waren die edition ich am wenigsten mochte aus irgendwelchen gründen finde ich irgendwas an dem art style unfassbar hässlich daran aber wir bekommen das alles hin also und nun du ist da jonas wenn starter pokémon was wir eigentlich getätigt die üblichen das wieder teams die gewisse thematik verfolgen von gegnern und der starter pokémon ich habe nicht eingestellt dass ich eins brauche mit zwei stufen und so sondern beliebig das heißt wenn ich glück habe werde ich meine traum starter bekommen und das wird ich bin bereit übrigens wir können das männliche zeichen behalten wenn ihr wollt aber ich will wenigstens mogi haben okay ist das okay als kompromiss für den namen ich denke das ist okay mogi männlich ja das ist mein name genau wir werden sie das hier bekommen mein traum wäre ich will zapptos als starte grün gary hugo michael wir nennen ihn hugo warum ist hugo eine vorgeschlagene namen ist hugo überhaupt ein richtiger name ist das richtiger namen ich dachte nur so der kleine troll heißt so außerhalb von der krim rennen 114 von marco mart 29 wie wir dieben dank so schauen wir uns um da meine ich mir schauen uns absolut nicht und wir gehen direkt weiter wie viele den rahmen so weiter eigentlich denke ich ziemlich gelungen ehrlich gesagt naja hugo ist der sekt es stimmt stimmt es gibt hugo boss hugo als namen ist ein suspektes konzept für mich aus dem boss hunter frischer sap wie wir ich denn da das ist generation eins was mache ich denn da ich muss doch ins hohe gras da kommt der prof und sagt joo willst du bitte nicht ins hohe gras gehen so wir machen kampfstil folge und wir wollen einen anderen rahmen und natürlich der textgeschwindigkeit 3 er wir wollen die generation 1 rahmen der sieht fürchterlich aus aber ich will ihn haben also was wird unser starter pokémon ah ich hoffe es wird irgendwas cooles ich hoffe es wird nicht komplett trash oder das wäre das wäre ziemlich gut er ist gerne rocks zwei monate wie wir lieben dank so ich habe eingestellt bei random also gibt es die option dass man super schnell die texte skippen kann hatte ich scheiße gesehen wie schnell man die texte skippen kann das ist mir egal ich dachte gerade es wäre ein bug oder sollte es gab eine extra option dafür und oh mein gott sehr wie schnell das geht sondern ziemlich sick okay ich mein das ist kein zapdos wollen wir wollen wir kai yoga als starter pokémon nehmen es ist halt ja ich meine ich werde ich gesagt ich meine ich habe die einstellung dafür getätigt bisschen was wir nehmen es mit aber das mit dem text ist ungewohnt das trash auf level 5 das ist okay wir nennen es stimmt wir nennen es am besten äh kai oga ja gefällt mir kai oga kai oga ich meine man spricht kai yoga aus irgendwie sehr seltsamer name aber das habe ich extra nachgeschlagen meinem 1 3d pokédex okay das mit dem text ist so ungewohnt aber es beschleucht die sache so ungemein oh es beschleucht das ganze so ungemein ich hatte absolut keine ahnung los kai yoga oh gott okay weil was können wir alles machen die texte sind super buggy aus die option ist seltsam aquawelle und die masse und es regnet aus sondern du bekommst die aquawelle deines lebens weißt du dass das war das war schaden oh mein gott es reicht fast für den level ab was unmöglich also können wir von gott skyrocks hat mir schon von capra nochmal 100 bits wie wir lieben dank so wir hauen direkt ab dann würde ich sagen äh gibt nicht alles für was mich zum aktuellen zeitpunkt shit wartet der rahmen zum aktuellen zeitpunkt aufhalten kann ich wollte den rahmen machen gut dass er mich daran erinnert äh ich weiß nicht dass die musik pausiert wird wenn ich ähm das ist nicht als aktives fenster aber ich weiß nicht wie ich das verhindern kann deswegen verzeiht mir das mal eben oh gott was war der ordner pokémon rahmen okay so dann wir müssen etwas geduld haben wir machen das einfach live okay lass mich das zuschneiden so so ähm noch ein bisschen an der seite und äh ja perfekt so haben wir den rahmen ich denke er füllt sein zweck kaioga unser erstes pokémon also Route 1 äh was für pokémon wir treffen wird vollkommen irrelevant sein denn ich meine wir werden es noch nicht fangen wir haben noch keinen pokémon deswegen zählt das noch alles nicht niese von kaioga lässt es lässt regnen niese mit den schnellen text das ist wirklich sehr sehr ungewohnt ich bin auch noch nicht ganz sicher ob ich das wirklich besser finde weil es äh oftmals wirklich buggy aussieht aber irgendwie kommen das hin und der backspread von kaioga sieht wirklich seltsam aus äh ist die musik laut genug oder ist die scheiß leise oh mein gott ein panzer aeron wäre so fucking cool als scheiß fangen ist die option aus wenn ich einen scheiß die finde dann will ich den scheiß die auch mitnehmen dann machen wir zwei an der stelle das Problem ist was ich da für einen scheiß die finden muss die wahrscheinlichkeit ist er vor allem in generation 3 nicht allzu hoch 1 zu 8192 und das ist das sind das sind keine guten quoten an der stelle für mich musik geht ok also wir wollen zum markt und dann quatschen wir den knaben an und dann gehen wir wieder weiter richtung süden und dann sollen wir mal ein pokebälle bekommen hey ich weiß wirklich nicht wie ich zu dem stehen soll zum texte skippen ich glaube wirklich dass es gut ist aber gleichzeitig ist es auch wirklich sehr sehr seltsam ist einfach schlecht mit dem shinys nicht so wie ich äh verzeihung ich hatte mindestens einen shiny in der nuzlocke challenge und zwar war das ähm ich weiß nicht mehr welches pokémon es war aber es war ein pokémon schwarz da habe ich beim training shiny gefunden ich meine yo es gibt hier wilde jirachi ich meine dafür würde mein oh gott das auge ist offen oh nein oh der sprite oh gott gute neuigkeit ich hab's getötet jirachi mit dem offenen auge ist ähm das ist gefällt mir nicht das ist sehr 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 beängstigend jo pro prof ich hab dir den stoff besorgt ich hoffe du bist bereit dafür gott ich bereite mich die ganze zeit darauf vor jetzt durch die ganzen dialoge zu skippen aber sie werden alle so schnell geskippt gibt es die optionen auch bei anderen pokémon spielen also wenn ihr dem randomizer tool soweit vertraut seid denn wenn es die optionen auch bei dds und sowas gibt das wäre ziemlich sick jirachi nicht immer die augen offen ich rede nicht von den augen ich rede von dem einen auge in seinem bauch da hab ich schon pokébälle aber wir kommen die erst später nein ich hab bereits pokébälle bekommen das bedeutet wir werden unser erstes pokémon fangen also das ist technisch unser oh items sind auch randomized oh das ist nicht gut das ist nicht gut wir werden nicht angezeigt was für items ich bekomme ok es war ein trunk ah das ist sehr 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 unvorteilhaft so was für ein pokémon bekommen wir oh oh ok seid ihr bereit ich meine das ist einfach nur schicksal an dem punkt ok es geht wenn ich die textgeschwindigkeit auf einstelle kannst du die einstellung im nachhinein ändern nein wird jetzt die aquawelle überleben wir müssen schauen ich kann es mit vollem kapier auf jeden fall nicht fangen macht euch nicht die größte hoffnung dass es mir gelingen wird das milotic zu fangen ja wobei vielleicht wird es sich gut schwächen dafür komm schon verletz dich selbst schon oh das ist perfekt ich kann es auf jeden fall nicht nochmal angreifen wir haben 5 versuche es zu fangen oh wenn das nicht klappt dann haben wir wohl pech gehabt schon runter b oh oh das ist nicht gut das ist keine gute fangrate an der stelle hoch und b vielleicht sollte man das versuchen ok hoch b es klappt nicht es klappt nicht verletz dich noch einmal selbst milotic noch einmal gut ich kann ich kann dich so ich kann dich so nicht wirklich ähm ich kann dich so nicht wirklich fangen aber ich kann dich auch nicht weiter angreifen noch zwei pokebälle komm schon oh mein gott oh mein gott ok 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 das das war unerwartet oh mein gott es ist atemberaubend schön man sagt dass diejenigen die es sehen vergessen zu kämpfen das kann ich nachvollziehen ich meine an dem punkt ist wir müssen den namen ausgraben ich war nicht dagegen alte namen auszugraben aber was soll ich sagen das war ein zeichen an dem punkt haben wir genug zeichner für schläng lief ja ich denke das reicht also bird of hermes 5 gift subs yeah darf und redig wieviel lieben dank crash fluffy type x oh gott eno und irgendwas mr nod found destro wieviel lieben dank bird of hermes schlängli männlich schlängli männlich ha das ist interessant auf jeden fall haben wir ein solides wasser team an dem punkt lasch lasch war glaube ich mit seiner spezial verteidigung hoch aber es kann nur aqua knarre wir sollten uns übrigens nicht zu sicher sein dass er schlängli irgendwann noch irgendwelche was für ein item noch irgendwelche angriffe lernen wir das ist generation 3 küstenschale das ist küstenschale hmmm schönes muschenschale die sich in der küstenhülle befand sie ist blau und weiß gestreift oh ok ok was ist das wir machen die musik laut das ist viel zu leise hmmm 5 sollte ok sein sie ist nämlich die musik ist nämlich scheißschmissig aus dem spiel ich hatte keine ahnung so hm oh mein textgeschmiss wollte ich noch auf 2 umstellen ich mein das ist wird es wird entweder der beste oder der schlechteste randomizer aller zeiten rahmen oh ja rahmen muss ich noch machen oh god auf level 5 lernt es wicke oh nice der rahmen wird Zeit wenn ich das äh im laufe des streams äh jedes mal aufs neue vergessen werde ich mach es nicht mit der absicht aber es passiert einfach so milotec ich mein wenigstens geht das den rahmen einfügen in der xplit sehr viel schneller als er zunächst erwartet hätte das mein leben ungemein erleichtert so wir packen es da rein gratulation an der stelle misty wird von neid erbleichen erbleichen erblassen oder kann man auch erbleichen sagen äh wie wird ihm nein ich weiß nicht wie viel oder was ich werde gleich nachschauen erbricks 200 bits wie wir lieben dank ok jo das ist ein solides team an der stelle das ist ein viel zu solides team oh ich hätte es schlöngli nennen können oder schlöngli erbleichen passt ja es ist das gleiche wort im großen ganzen so rute 22 wir können hmmm warte will ich was fangen rute 22 ich hab Angst ich glaube ich würde erst versuchen äh erstmal pokébälle zu kaufen und dann werde ich schlöngli miss auf level 5 trainieren bevor wir weiter gehen ich mein habt ihr gehört welchen angriff schlöngli auf level 5 lernt wicke äh ich nehme mal neun pokébälle mit und für den rest kaufe ich mir tränke denn ich habe das Gefühl heilung wird ziemlich hilfreich sein also gehen wir erstmal runter und dann will ich direkt den rivalenkampf in angriff nehmen das ist die frage traue ich mich das ich glaube ehrlich gesagt ich traue mich das wobei das problem ist wenn ich auf dem pflanzen pokémon treffe wir werden erstmal sehen was wir nächsten rute dann bekommen werden oh man cargo das wäre auch so cool ok oga ist noch in der ersten stelle tut mir leid man cargo heute ist nicht dein tag heute ist nicht dein mc äh mc targo das wären von Dave Rush 18 Monate her und der Matt W erfrischer sagt wie wir lieben Dank vielleicht wäre ich Wasser Arenaleiter das ist Sache welche ich auch immer ziemlich cool fand den Gedanken daran in pokémon dass man sich ein Team erstellt welches äh quasi nur pokémon hat die alle einen gemeinsamen Typen teilen ich für meinen Teil war immer überzeugt davon dass ich ein bodentrainer werden wollen würde es gibt einfach so viele coole Boden pokémon bzw. Boden und Gestein wir wollen nicht so sein ich hatte immer das Gefühl dass das mal eine Berufung sein sollte ich habe es nie getan vielleicht werden wir aber der ultimative Wassertrainer wir haben bisher zwei ähm nur Wasser Typen was sehr unvorteilhaft ist oh Sam er trinkpäckchen er frischer Sub oh Panzerion wäre auch so cool gewesen Gott Panzerion ist so ein cooles pokémon ich weiß ich für die längste Zeit wusste ich es nie ganz zu schätzen aber Panzerion ist einfach grundsolide und der Damage von Schlängli gerade ebenfalls wirklich solide Stahl ist way to go es gibt wirklich gute Stahl pokémon Stahl und Boden das sind einfach feste pokémon Stahl, Boden, Gestein das ist es das was man haben will Pazerion oder Kramor ich meine das ist nicht mal eine Frage an der Stelle der eine ist sehr viel stabiler als der andere ah ich denke um Zeit zu sparen werde ich direkt einen Trank verwenden statt ins Pokémon Center zu gehen oh ja man hat hier ja die Trankanimation in dem Spiel Gesteinsdefensive eines der schlechtesten Typen pokémon eh mir egal bin ich hier für die Competitive Erfahrung ich bin hier um die coolen äh Monster zu sehen Lush macht äh Verteilung Plus und Spezialverteilung Minus das ist okay das ist okay auch wenn Schlängli glaube ich in der Rallye ein Spezialverteilungstank ist aber Verteilung Plus ist ja noch ziemlich solide was haben wir hier noch? sehr gerne Biss folgende Sache das ist so hässlich wir hauen ab denn ich habe noch Wasserangriffe und ich habe das Gefühl sehr gerne aber es ähm wäre einfach nur wirklich anstrengend Fein Ceron das ist vernünftiger ein Kämpfer also also von Yato 23 Monate wie viel lieben Dank Silberblick sehr 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 unangenehm aber das ist überhaupt nicht unangenehm ehrlich gesagt war Kyoko dein Starter? yeah ich hatte die Wahl zwischen Sandern, Kyoko und äh Kramurks es ist Kramurks es ist Kramurks es heißt Kramurks oder? das kommt mir gerade falsch von der Name und ich habe beschlossen wenn ich die Einstellung so getätigt habe dass die erlegende Pokémon Starter kommen können ich habe die Einstellung so getätigt dass die Möglichkeit besteht ich muss es dann auch mitnehmen oh da ist der Wickel oh wenn ihr denkt dass wir jetzt noch verlieren können seid ihr aber schief gewickelt so dann würde ich sagen wir gehen direkt Richtung Westen und sehen was dort wartet Mötig Sprite sieht bedenklich aus ja der Backsprite sieht gar nicht mal so gut aus Guter 22 komm schon der gute Stoff komm schon komm schon das ist ziemlich cool ich meine es ist kein Top Tier Pokémon aber Bedroher und es gibt uns ein bisschen mehr Type Coverage das heißt ähm Magnaian Grundsolider er ist auch bekannt als Nicht-Hundemon unter dem Namen ist es am ehesten bekannt aber hey so komme ich wenigstens dazu mein Wickel mal einzusetzen Versuchen wir es zu fangen wird das ein Höhenrun sieht so aus ich meine das ist ein Generation 3 Spiel hey das lief sehr viel problemloser als erwartet es wird stets die Befehle eines begabten Trainers befolgen dieses Wald geht darauf zurück dass es früher im Rudel lebte Magnaian magnaian ah ähm ich werde dran gleich machen wir brauchen erst einen Namen achso Magnus Maggi gefällt mir machen wir Maggi 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 oh Brutus Brutus wäre besser gewesen shit egal ich will nicht viel Zeit mit dem Namen verspenden das ist nämlich das ist ein Fehler den ich in Pokémon Schwarz damals gemacht habe ich habe einiges gelernt für Maggi macht das doch Spaß ja ja das ist einfach ein Hit äh ah vielleicht ein bisschen groß jetzt haben wir es noch ein bisschen kleiner mir gefällt euch das Live Editing ich denke es ist der beste Teil vor allem weil dann die Musik immer posiert ok so Maggi was kannst du denn alles kauzik hab keine Ahnung was das bedeutet Senktangriff des Gegners oh 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 es kann bereits Biss Problem ist aber oh nein Unlicht war speziell Generation 3 ahhhh ahhhh Unlicht war speziell das ist also nicht gut aber mit Biss kann man generell wirklich was anfangen vor allem bei dem äh Level auf dem wir uns gerade befinden bei Level 3 ist das ein wirklich gutes Moveset das heißt wir können auf jeden Fall Maggi kurz noch ein bisschen trainieren beim Körper nicht sieht könnte Maggi ein Emo Bösewicht sein oh mein Gott du hast recht vor allem von der Perspektive sieht so aus als hättest du da noch so etwas längere Haare wie kriegst du schnell die Sprites ran ich hab die ich hab ja die Pokémon Liste von Poké Wiki offen und dann öffne ich das Pokémon was ich brauche und lad das Bild runter das ist das Internet ist einfach ein Wunderwerk der Technik oh mein Gott Kaputops wäre so cool gewesen oh ich hätte so gern Kaputops gehabt wobei es ja nicht so cool aussieht aber Kaputops ist ein so cooles Pokémon ey 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 nicht der Silberblick wiss macht sehr viel weniger Damage als ich erwartet hätte und es wäre ein weiterer Wassertyp das stimmt das stimmt ha Absorber oh nein warte das Moveset von Kaputops ist glaube ich super shit ich glaube es kann nur Absorber und irgendwann äh 20 Level später oder so lernt jetzt mal Aquaknarre ah das ist wahrscheinlich besser als wir keinen Kaputops bekommen haben gibt aber akzeptabel viele Erfahrungspunkte gerade schockiert das ernsthaft Menschen gibt die äh Trauben Nuss Schokolade mögen wäre bei dir ganz bei mir ganz unten der Rangliste das verstehe ich nicht Trauben Nuss ist einfach das ist eine solide Sorte Repetis also ich muss aufpassen dass ich nicht vergiftet werde ich weiß kaum zu glauben bei diesem Pokémon ah bis sofern es überhaupt schon irgendwas kann was mich vergiften könnte Trauben Nuss ist vor allem wirklich neutral ja nein ich bin auch kein Rosinen Fan aber Trauben Nuss ich meine das schon allein die Füllung ist schon allein zu 50% Haselnüsse wer mag denn keine Haselnüsse außer Leute die äh ersticken wenn sie welche essen so folgende Sache was wir jetzt machen werden wir werden jetzt einen Trank einsetzen da ist kein Grund gibt das Leben von Maggi zu gefährden Trauben Nuss die Schweizer Schokoladen einfach so neutral und Level 5 für Maggi hey ich würde fast sagen wir sind Level 6 für Maggi oh mein Gott ich würde sagen wir sind bereit für den äh Kampf gegen den Rivalen ehrlich gesagt Hugo hey Moggi oh warte die Texte werden die Texte nur dann geskippt wenn man auf Textgeschwindigkeit 3 geht ha ist mir sowieso lieber also ja man kann es rückgängig machen wie es aussieht oh Level 9 das Problem ähm weiß weiß Nebel ich meine Lapras sollte gegen sollte gegen Kaioga nicht viel ausrichten können Volltreffer oh zeig's die Maggi Gesang mach ich keine Sorgen das andere Pokémon das der der Rival hat ist ein Sandarn das heißt es ist wirklich nur das Lapras das gerade äh sterben muss Kaioga es ist dein Auftritt komm schon als ob das Lapras Kaioga down bekommen würde das ist nicht viel Schaden ist mir frei wie viel ich machen werde gegen Lapras Lapras müsste auch relativ tanky sein ich bin zuvoreilig hier rüber gestürmt oh nein oh nein oh nein das ist nicht gut ähm das ist überhaupt nicht gut oh ja ich hab Wickel ach ach nein 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 noch ist nichts gelaufen die Sache ist nämlich an dem Punkt wir werden cheap okay das Problem ist ihr habt dafür gesorgt dass es regnet was die Aquaknarre von Lapras ungemein verstärkt wir müssen jetzt ein bisschen cheap werden um zu gewinnen weißt du nicht ich dachte weißt du ihr beschützt vor oh ich dachte ich beschützt vor Statusveränderungen und nicht Statussenkungen fuck ah okay es ist an der Zeit für für den stärksten aller Angriffe erinnert euch noch daran als ich mich über Wickel lustig gemacht habe Seiten liegen längst hinter mir ach ein bisschen Schaden sollte ich überstehen können ah Wickel oh mein Gott hier aufgesangt zu spammen volltreffer was halt ihr von denen Damage ich mein Wickel ist halt in der Situation guter Angriff wir müssen ansonsten einfach nur austanken es macht wirklich nicht viel Schaden aber deshalb jetzt mein Leben es regnet weiter naaa oh mein Gott Schengler hat Notschutz was ist Notschutz oh mein Gott das sich von Wickel befreit steigert Verteidigung bei Leiden das bedeutet wenn es meine Geschwächte steigt die Verteidigung wie darf ich das verstehen nur 16 tics bis Lapras stirbt bei Wickel das ist jetzt ein langer Kampf während du schläfst aber es kam kein es kam nichts von wegen hey deine Verteidigung steigt und meine Spezialverteilung ist auf jeden Fall nicht gestiegen das heißt ähm oh Gott das läuft wirklich nicht gut Lapras fängt an aggressiv zu werden warum habe ich jetzt regnen lassen Schlenk die Würste bitte aufwachen du machst mich traurig du bist nicht der Kämpfer den ich einst kannte oh mein fucking Gott hey jetzt ist es aufgewacht Attacke geht daneben ok warum muss sie ausreichend gegen ein Pokémon kämpfen das äh H2O Absorber hat das ist das Schlimmste Gott komm schon oh das macht so wenig Damage oh das macht so wenig Damage die Sache ist jetzt werde ich ausswitchen wir gehen über zu Kaioga wenn ich mit Kaioga jetzt ein paar mal äh Grimasse mache was ist er auf Gedankengang wenn ich Grimasse mache äh Grimasse mache sollte Lapras langsam werden wenn Lapras langsamer ist dann äh sollte ich es durch den Biss von ähm Magi zurückschrecken lassen können das könnte uns auch ein paar wertvolle Runden äh verschaffen welche Regeln gelten die üblichen Nasog Challenge Regeln und irgendwelche Besonderheiten oh mein Gott außer bei Klaus Braten zwei Monate wie ist das wie wir dem Dank oh Gott und von der Molle stoff drei Monate vorhin auch dafür wie wir dem Dank komm schon Grimasse aus das Weißnebel der Lapras ist ein sehr belastender Gegner wisst ihr das die Sache ist ich frage mich gerade wie viele oh Gott Aquaknarrie hat 35 AP oder sowas oder das müsste super viele haben ich habe nicht überlegt ob ich nicht einfach ähm das ganze ausharren könnte aber ich glaube das wäre ein Fehler so wir mal zu warten bis Magi wieder aufwacht der Biss war nämlich mit relativ viel Abstand der äh potenteste Angriff ja fuck okay ähm das das war der Auftritt von Magi viel können viel wird Magi wohl nicht machen können nehm ja was soll ich mit Yawla dann ich habe keine Zeit um Yawla einzusetzen Aquaknarrie macht viel zu viel Schaden oh mein Gott ein Volltreffer es regnet weiter ich werde einfach wir werden einfach weiter Wickel spammen alles andere ist keine Option oh mein Gott wenn es wenigstens nicht Gesang hätte Gesang ist das was mich am meisten anpisst hier gerade Aquaknarrie hat 25 AP glaube ich ja das oder so zu viel ich habe kaum mehr Heilung übrig oh mein Gott kannst du auch viel Gesang einzusetzen muss Gesang nicht langsam von den AP erschöpft sein oh Gott das 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 dieser Kampf ist ein Fehler vor allem bin ich mir sicher dass Zukunft noch eine Heilung auf Lage haben wird das ist das größte Problem daran egal wir werden einfach weiter Wickel machen ist die einzige Möglichkeit die ich habe alles andere ist keine Option Schlenke schläft hier von fest Gesang hat 15 AP okay da seht ihr wie wir kommen voran oh mein Gott das ist die Hälfte das ist die Hälfte wir kommen wirklich voran das ist der zweite Volltreffer in Folge ich werde jetzt noch einmal den Wickel starten und dann werde ich schnell die zurückziehen denke ich damit Kai Oga ein paar Schläge vom Damage einsackt ich werde jetzt noch einmal den Wickel starten und dann werde ich schnell die zurückziehen denke ich wo ich Wickel verletzt komm schau lass mich nochmal wickeln oh mein fucking Gott oh mein Gott wurde von Wickel befreit okay noch einmal Wickel komm schon Schlängli wach bitte auf wir brauchen deinen Wickel wir brauchen deinen Wickel ich habe gleich keine Heilung mehr übrig Labras ist viel zu fröhlich über die ganze Situation Labras ist ein Psychopath wie viel AP hat gesungen in Gen 1 das ist Gen 3 nicht Gen 1 aber 15 habe ich mir sagen lassen okay wir leben noch wir sind noch im Spiel aufgewacht Wickel okay wurde umwickelt sehr schön genau außerdem von erschrecken 31 Monate Rescription Willkommen den neuen streamen heute sehr eintötig hey die Sitz Bad wie ichs mehr so ausgesucht hätte hat hat ich ist Wickel jetzt sei ich noch aktiv jetzt wo ich rausgewechselt hab Oh nein, wurde Wickel jetzt zurückgegangen gemacht? Seid bitte nicht, die Antwort ist ja Oh mein Gott Nein, Wickel ist weg Wickel ist nur... Oh nein, 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 nein Nein, 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 das ist nicht gut Bitte kein Aquaknache Nein Ich habe keine Heilung mehr Egal Nächste Runde wird es vielleicht noch mal Weißlebel einsetzen. Wickel. Weißlebel. Oh, das ist perfekt, Lapras. Du Idiot. Wir haben es bald geschafft. Der Sieg ist greifbarer Näher. Außer Hugo hat einen Trank oder sowas. Dann sind wir verloren. Wie lange habe ich jetzt eigentlich schon in diesem Kampf? Ich kann es nicht mehr sagen. 20 Minuten oder so. Oh, das ist eine zu lange Zeit. Er kennt Eric. 23 Minuten. Peace up. Vielen lieben Dank. Ich war schon zweijährig. Yeah. Okay. Noch ein bisschen. Noch ein kleines bisschen. Komm schon. Oh, ho, ho, ho. Wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran. Okay, ich kann noch zwei Aqua-Knarren tanken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nächste Runde ist es vorbei. Nächste Runde ist es vorbei. Wickel, von Wickel befreit. Nein. Bitte kein Volltreffer. Bitte kein Volltreffer. Bitte kein Volltreffer. Oh mein Gott. Wickel. Volltreffer. Yes. Oh. Oh dein Pokémon zu verlieren. Ohne ein Problem. Ja, es war nicht mal knapp. Oh. Okay, Sandan. Ich sehe schon, wie es ist. Du willst also den Kampf. Oh, meine Pokémon sind so geschwächt. Du willst den Kampf also auf die nächste Stufe hieven. Einigler. Das ist okay. Den darfst du machen. Das Problem ist nur, dass meine Pokémon jetzt wirklich geschwächt sind und Sandan auf einem relativ hohen Level. Das heißt, es kann immer noch alles schief gehen. Okay, Yoga schläft jetzt hier von fest. Das ist okay. Gleich kommt Geo-Fistur. Geo-Fistur. Oh shit, Geo-Fistur würde was machen. Ich bin niedriger vom Level als Sandan. Ich wollte gerade sagen, oh, ich bin auf höheren Level als Sandan. Wenn er so macht, ist nichts, aber es stimmt gar nicht. Okay, Sandan. Das war es dann mit dir. Yes! Oh, das war der längste Kampf meines Lebens. Rivale Hugo wurde besiegt. Oh nein, so viel Glück kann man nicht haben. Yes! Oh, was haltet ihr jetzt davon, Leute, die geschrieben haben? F. Als Lapras rausgeschickt wurde. Und, äh, Runover. Hä? Was sagt ihr jetzt? Ich hab's wieder mal geschafft. Das ist mal ein fürchterlicher Kampf. Ich hoffe, das muss ich nie wieder machen. Ah. Vor allem das Traurige ist, der Volltreffer von, äh, Maggi. Ich hab's geschafft, ihn gänzlich, äh, nutzlos zu machen. Dadurch, dass ich, ähm, Lapras geheilt hab. Das F sollte nur anspornen. Oh, das ist eine Lüge. Hm. Schlengli will trainiert werden. Jetzt will ich weiter nach Westen gehen. Weißt du was? Nein, wir gehen, wir gehen nach Norden. Und fangen nächstes Pokémon. Man muss sich nicht ein bisschen Geld bekommen haben. Ich hätte gern ein paar Tränke, ehrlich gesagt. Ich hab das Gefühl, ein bisschen Heilung will ihm nicht schaden an dem Punkt. Hm. Nein, Moment. Lass ich ein paar Heiler mitnehmen. Für den Fall der Fälle. Äh. Der hat nicht viel Geld gegeben. Was hat er mir gegeben? 100. Was ist eigentlich die Währung aus Pokémons? Poké-Dollar oder Yen? Ich weiß, dass wir früher mal Poké-Dollar gesagt haben, aber kann's sein, dass es einfach nur Yen sind. Die Möglichkeit. Die Währung von Pokémon-Konkurrenz kann dir nichts anhaben. Dafür ein paar Bits. Äh, Briggs, vielen Dank für die 200 Bits. Warte, der alte Mann will kämpfen. Oh nein, der sagt wie man Popon fängt. Okay. Ich war gerade sehr, sehr verwundert. Äh, vielen Dank für die 200 Bits. Yen-Dollar, Poké-Euro. Pocken. Poké-S. Poké-Yen. Yen ist Y. Hier ist es ein P. Oh, ist ein P? Also ist es Poké-Dollar. Okay. Ich weiß, dass der Wert ungefähr der gleiche wie von Yen ist. Deswegen Leute immer, äh, verwundert waren. Oh, wie kann's sein, dass ein Trank 200 Poké-Dollar kostet? Ja, weil das 2 Euro oder so sind umgerechnet. Er ist nicht so teuer. Oh, da links liegt noch ein Item. Der Leer-Kanal. Danke, den werd ich lesen. Werd ich sowas von nicht. 1000 Yen sind 1 Euro. 1000, wirklich? Ich dachte, 100 oder so. Ja, auch immer. Ich glaube, äh, ja, ich... Nein, das mit, dass seine Fahrt war trotzdem super teuer. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Bärentüte. Kann zu einem Pulver gemahlen werden, um Medizin herzustellen. Aufregend. 100 ist schon richtig? Okay. Aber vor allem war jemand im Chat, der 1000 geschrieben hat. Da dachte ich mir, waren es wirklich 1000? War ja noch 100. Das heißt, äh... Ich bin nicht wieder mal richtig. 118, 191 Yen sind 1 Euro. Okay. Also, 100 ist mehr oder weniger. Ich meine, nicht ganz richtig, aber nah genug. Warte, welche Route ist das hier? Das ist Route... ...Vertania City. Route 2. Das Cent war sonst... Route 2 hat mir noch nichts, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine... Ich habe gesagt, ich wollte ein Wasser-Team. Ein Gen 3 Wasser-Team. Aber was soll ich sonst bekommen, wenn ich ein Libiskus... Das ist das Cent 3 Wasser-Buckbund schlechthin. Oh Gott. Libiskus ist wirklich nicht so gut. Hey. Er hat aber den Biss überlebt. Was ziemlich gut ist. Ich traue mich an, nicht noch einen einzeln zu machen, wenn ich einen Tackle. Ein Griff wurde sowieso ein gutes Stück gesenkt. Würde ich mal den sagen. Das Problem ist halt... Libiskus, ähm... Es wird sehr, sehr schwer werden, einen Grund dafür zu finden, Libiskus für was anderes als Kanonenfutter zu verwenden. Denn... Es wird es mir nicht leicht machen. Während der Leichtzeit versammeln sich zahllose Libiskus in den Korallriffen. Daher strahlt das Wasser rosa. Wir nennen dich einfach... Drei. Oh, ich muss jetzt auch noch... Libiskus in den Rahmen packen. Das ist das Schlimmste. Nein, ich... Ich will Libiskus sowas von nicht trainieren. Das kann ich euch versprechen. Das ist einfach nur ein Trashmon. So, ein gutes Stück kleiner. Ne. Oh Gott, das muss viel kleiner werden. Vor allem haben wir schon so viele bessere Wasser-Pokémon. Wenn alles schief geht, wenn alle Stricke reißen, ist die Zeit für Libiskus zu scheinen. Aber aktuell noch nicht. Lass mich nochmal schnell zurück ins Pokémon Center gehen. Ich will nicht, dass Situationen wieder sehr schnell eskalieren. Also Pokémon Center war hier. Gott, wann bekommt man denn Generation 1 eigentlich die Turbo-Träter? Bekommen die von dem Pfadfinder nach Rocco oder so? Ich hätte sie nämlich wirklich, wirklich gerne. Oh mein Gott, ich hätte die Turbo-Träter so gerne gerade. Nach dem ersten Orden, nach Rocco? Oh, okay. Ja, seht ihr? Ich habe es richtig. Gut genug für mich. Ich wundere mich gerade, wie Randomizer Nassadok mit Generation 2 wäre. Hat das mal jemand gemacht? Also mit mancher Kristall-Edition oder Gold oder Silber. Nicht Hardgold, sondern wirklich die originalen Generation 2 Spiele. Ist das langweilig oder cool? Ich kann es schlecht einschätzen. Ich mochte die Bilder vor jedem Gebiet, die es in den Spielen gab. Das muss ich den ganzen lassen. Auch wenn ich sie ansonsten grafisch sehr, sehr hässlich finde. Also voll rot und blatt grün. Die kleinen Grafik, wenn man ein Gebiet betritt, sind ziemlich cool. Das ist einfach mein Leben. Das ist einfach mein Leben ab jetzt. Wasser-Pokémon. Ich kann mir nicht helfen. Ich bin quasi Misty. Oh Gott. Ich habe kein Gegengift. Das wird schmerzhaft. Wir müssen Magie sofort zurückziehen. Ich weiß nämlich nicht, wie... Oh Gott. Ich glaube, in Generation 3 verhält es sich so, dass Gift nicht automatisch abklingt oder sowas. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Oh mein fucking Gott. Was ist denn, was ich jetzt machen werde? Das ist Tantara. Tantara sollte eine scheiß hohe Fangrate haben. Das heißt, wir haben einfach einen Pokéball. Sollte Tantara nicht mal schwächen müssen. Ich lag falsch. Ich lag falsch. Zugegeben. Kaioga, sei stark. Lass dich nicht vergiften. Hmm... Aquavilla. Komm schon. Äh. Mal zum Tantara schaden. Kann man random-mäßig auf Gebärdspiel, wenn man Raum auf der Fleischkarte rüber spielt? Klar. Sollte absolut kein Problem darstellen dann. Oh mein Gott, nein! Schlängli. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Außer von Bloody End. Äh, frischer Sub. Wie will ihm den Dank. Und, äh... Oh Gott, was ist das? Kleber Flauschi. Herr Drämmote. Ries das Dütchen. Wie will ihm den Dank. Ich werde den Tantara sowas von, äh, nicht trainieren. Das kann ich euch versprechen. Bleibt auch mit dem Pokéball den Tantara. Nennst Fortnite. Warum? Warum sollte ich den Tantara Fortnite nennen? Verstehe ich nicht. Okay. Hör auf, Giftstachel zu machen. Mir fehlen die Worte. Weil es toxic ist. Außer ich den Tantara, Thaddeus macht den Tantara eine Qualle. Okay. Es ist geschwächt. Es macht super Schall. Das ist vollkommen okay. Äh, ich denke ich kann Pokémon werfen. Das ist vielleicht behalten. Fortnite, weil es scheiße ist. Äh. Das ist eine fürchterliche Begründung. Das ist kein Mr. Cool. Habt ihr das Geschlecht mal gesehen? Das ist ganz offensichtlich. Äh, Mrs. Cool. Ich meine, komm schon. Müsste auch ein bisschen realistisch bleiben an der Stelle. Aber jetzt muss ich das auch noch in den Rahmen einfügen. Kann ich auch für meinen Rahmen mit Trash-Pokémon füllen zu müssen? Fucking Tantara. Äh. Was ist das für ein Artwork überhaupt? Das ist ziemlich sick. Das hab ich noch nie gesehen. Ist das das klassische Sugimori Artwork von Tantara? Das hab ich noch nie gesehen. Ist halt wirklich ziemlich cool. So, ganz vorsichtig. Okay. Und hey. Geschafft. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Ganz, ganz vorsichtig. Okay. Sie stehen noch gut da. Was hast du euch für ein Item? Herzschuppe. Ich meine, ich weiß nicht ganz, was ich sonst erwartet habe, ehrlich gesagt. Stemmen die Pokémon durch Gift in Gen 3? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich tendiere zu einem Ja. Deswegen will ich lieber sehr, sehr vorsichtig sein. Ich meine, wir haben noch Tränke für den Fall der Fälle. Ja. Okay. Ich sehe, ich sehe eine überwältigende Anzahl von Ja's. Eins. Zwei. Drei. Okay. Drei. Das heißt, ich habe noch 4 KP. Müsste das alle noch haben. Ja. Magie. Okay. Okay. Hey. Wuh. Das ist... Hätte schief gehen können. Erst hab schon 4. Hört's auf. Okay. Also. Gehen wir zurück in den Wald. Ich hab das Gefühl, diese Randomizer wird sehr viel anspruchsvoller, als ich mir das erhofft hatte, ehrlich gesagt. Es läuft aktuell nicht in dem Ausmaß gut, wie ich mir das wünschen würde. Gehengift liegt am Baum im Wald. Ey, ich hätte erstens zwei gebraucht. Zum einen und zum anderen. Ey, ich hab die Items, die am Boden liegen, randomized. Das heißt, ähm... Keine Ahnung, was hier überall herumliegt. Ich will auf jeden Fall ein paar Items mitnehmen. Macho Band. Hey. Double Day Faust, aber verringerte Initiative. Nicht unbedingt das, was ich haben will. Was wollen wir euch so denn heute spielen? Ich hab keine Ahnung. Eigentlicher Plan ist aber, dass wir so bis, äh, 20 Uhr oder so streamen werden. Also. Beziehungsweise was in der Richtung. Also 1-2 Minuten. Gott, Pantimos. Ist ein seltsames Pokémon. Schick mir mal in den Kampf. Ganz offensichtliche Wahl. Oh, und da er gerade Pantimos rausgeschickt hat, sollte er danach direkt noch ein Psycho-Pokémon einsetzen. Das ist ziemlich gut. Konfusion hat keine Wirkung, du dumm Batz. So, okay. Pantimos schreckt zurück. Ich meine, ich weiß nicht so, als ob es einen Unterschied machen würde. Und ein Starmie. Yo, Starmie. Das wäre, das wäre ein Wasser-Pokémon nach meinem Geschmack. Ha. Aber es ist leider keine Option. Starmie ist... Ich weiß nicht genau, was ich von Starmie halten soll. Es ist so ein dummes Pokémon, aber es ist gleichzeitig so gut. Ich meine, es ist einfach... Sieht nicht mal aus, als ob es in irgendeiner Hinsicht lebendig wäre. Sieht aus, als wäre es Schmuck. Aber es ist einfach so ein gutes Pokémon. Man kann nicht viel dagegen sagen. Außerdem, als Kind, habe ich immer Starmie dazu gesagt. Wie hat Misty in der Serie dazu gesagt? Hat Misty Starmie oder Starmie gesagt? Oh, das sind eine Menge Erfahrungspunkte. Wir wären Enteron. Enteron... Oh ja. Na ja, Enteron ist ziemlich shit, ehrlich gesagt. Wenn Enteron Psycho wäre, wäre es ganz cool. Starmie hat sie gesagt. Sie hat Starmie gesagt. Ein Porenta. Oh. Ich finde, Porenta sollte eine Weiterentwicklung bekommen. Keine Meinung, die viele vertreten haben. Hat eine bekommen. Fand ich seltsam. Also, ich habe das Gefühl, wenn sie aktuell Weiterentwicklungen von Gen 1 Pokémon bringen. Das finde ich seltsam. Weil die Artzeiten einfach so grundlegend verschieden sind inzwischen. Man sieht einfach so, dass sie aus komplett verschiedenen Seiten stammen. Dass 25 Jahre dazwischen liegen. Schwer durch das Schwert gespielt. Äh, nicht wirklich. Lauchzutat ist cool. Das ist ein gutes Pokémon. Der Artzeiten ist nur sehr, sehr anders. Und... Das ist down. Das ist jetzt da bunt. Eine Lauchstange. Gibt es sogar als Item. Ich kenne die ganzen Schwerte und Schildpuppe. Und übrigens nicht mal... Äh, 3. Tu uns einen Gefallen. Steck mal einen Schlag für einen Bruder ein. Wenn das okay ist für dich. Oh. Zabtus hat vielleicht doch gar keinen Elektroantriff, wenn wir Glück haben. Wenn wir ganz viel Glück haben, kann sogar, äh, 3 weiterleben. Ich schicke trotzdem meinen Magi rein für den Fall der Fälle. Der andere wurde jetzt 3 Stufen gesenkt. Was ziemlich gut ist. Donnerschock. Das ist ziemlich nicht gut. Okay. Sollte generell noch alles, äh... Yeah, mach den Schnabel. Der macht so gar keinen Schaden. Sollte alles machbar sein, tatsächlich. Ich wollte Zabtus so gerne als Starter haben, aber... Ist okay. Wir können dich auch einfach so bekämpfen. Hab ich noch einen Trank? Ich hab Tränke gekauft, oder? Ähm. Hoffen wir mal, dass du das Schnabel einsetzt. Hoffen wir, dass du das Schnabel einsetzt. Das ist kein Schnabel! Oh, da ist er auch überhaupt nicht. Kairoga, du Tank! Äh, Aquarela. Ich denke, damit wird Zabtus soweit down. Das war erschreckend für kurze Zeit. Sehr, sehr erschreckend für sehr kurze Zeit. Sogar drei bekommt ein Level ab. Einfach alle. Als nächstes ein Imitag. Imitag ist okay, damit kann ich leben. Ich denke, ich lasse auch in der Stelle mal Kairoga drin. Sonst muss ich versuchen, äh, ganz ruhig versuchen, Schlängli weiter zu trainieren. Es braucht noch eine Menge Erfahrungspunkte. Mit, äh, Schnabel-Dollstock hätt's sogar gute Start-Attacken gehabt. Ja, und Zabtus ist generell unglaublich cool. Ich weiß nicht. Ich weiß noch, was es ist, aber ich mag Zabtus sehr. Ähm. Ich werde jetzt nicht der Langweiler sein an der Stelle, aber ich werde sowas von zurück ins Pokécenter gehen und meine Pokémon heilen. und dann vielleicht noch ein Trankhafen gehen. Ah, denn ansonsten wird das ja ein kurzer Ausflug für uns. Aber ganz erst mal neue Pokémon hingeguckt. Oh Gott, was ist passiert. Ich meine, das denken wir uns nicht jedes Mal. Ich mochte die Alola-Pokémon sehr. Bei Schwert und Schild ist so das Problem. Ich will die Spiele wirklich nicht spielen. Daher war ich nicht wegen dem schlechten Ruf, den sie haben und sowas, sondern einfach generell. Nach Generation... Sagen wir nach Generation 6, fiel es mir sehr schwer, mir auch nur Namen von irgendwelchen Pokémon zu merken. Und es fällt mir auch inzwischen sehr, sehr schwer, Interesse für die Spiele zu haben, weil... Wir machen das jetzt zum 20. Mal oder so. Ich weiß wirklich nicht, ob ich noch bereit dafür bin. Schwert und Schild sind eigentlich Töfte geworden. Das glaube ich. Habe ich auch gehört, aber... Ich habe es gekauft, schon jetzt ein bisschen gespielt. Und ich habe die ersten eineinhalb oder zwei Stunden davon gesehen. Und es waren wieder so viele Dialoge und ich dachte... Oh mein Gott, diese Käfersammler geben kein Geld. Und ich dachte mir einfach... Oh mein Gott, ich... Also ich habe für euch kein Interesse daran. 10, 50, 1400, weg. Und dann... Gehen wir uns ein paar Tränke kaufen. Also, gehen wir zu... Oh mein Gott, ich will so sehr die Turbo-Träte haben. Macho Pond hätte vielleicht Zukunft noch hilfreich werden können, aber... Ja, also gefühlt zum aktuellen Zeitpunkt werden die Tränke sehr viel hilfreicher sein. Gott, ich muss sagen, es war eine schlechte Idee vor dem Stream. Ich war der Meinung, dass ich vor dem Stream was er noch essen will. Das heißt, ich will sowieso noch einkaufen, weil es ist Samstag. Und ich habe was vom Chinesen geholt. Gebratete Nudeln mit Hähnchen. Und ich muss sagen, es liegt mir seitdem wirklich sehr, sehr schwer im Magen. Es war eigentlich die beste Idee. Ich hätte einfach was vom Bäcker mitnehmen sollen. Kann sich auch noch beschweren und sich nicht einfach bedanken, dass das Team von Pokémon immer noch Spiele macht, trotz der Jahre, die sie auf dem Buckel haben. Was ist das für eine seltsame Einstellung? Das ist eines der erfolgreichsten Franchises der Welt. Das ist der zweiterfolgreichste Medien-Franchise nach Disney-Zeug oder sowas. Ich habe das Gefühl, sie haben durchaus gute Gründe, weiterhin Spiele zu machen. Und wenn man was sagt, der Grund ist nicht, weil sie es für die Fans machen. Das machen wir gegen Kikli am besten. Ich denke, Kai Oga wird die ganze Situation für mich ganz leicht aufklären. Käfer-Sammler, sind die obdachlos in der Pokémon-Welt? Nein. Äh, Käfer-Sammler. Ich meine, es sind einfach nur kleine Jungs. Ich hoffe sehr, dass mehr Pokémon-Spin-Offs in Zukunft noch kommen werden. Das ist eine Sache, die mir sehr fehlt, ehrlich gesagt. Ups. Nein, ich habe ja reinz... Oh, ich will nicht erdrücken. Ich hasse es, dass das eine Sache ist, die existiert, dem Spiel, wenn man erdrückt, dass er die Optionen aufploppen. Ich mochte die Pokémon-Spin-Offs immer sehr. Das war der gute Stoff. Oh, Rabouts hat einen sicken Sprite in der Edition. Mystery Dungeon Remake, ja, das ist ziemlich cool, aber keine Ahnung. Alle Pokémon-Spin-Offs waren eigentlich ziemlich cool. Ich würde... Ich wünsche mir Pokémon Channel 2. Ich meine, ich wäre bereit dafür. Ich würde es spielen. Aber auch auf der Wii U gab es schon wirklich nicht mehr viele. Das ist ein bisschen schade. Aber wir werden sehen. Zum Beispiel der Hilfe kannst du deaktivieren. Ich kann auch einfach versuchen, nicht A zu drücken. Warte, Mystery Dungeon kommt nächsten Monat raus. Mystery Dungeon nächsten Monat. Mystery Dungeon kommt in einem Monat schon raus. Oh Gott. Oh Gott, wo ist die Zeit hin? Sechster März. Oh mein Gott, das ist nicht mal mehr ein ganzer Monat bis dahin. Es kommt schon im März. Ich dachte, es kommt im April. Ich dachte, es wäre ein April-Titel. Oh, ihr werdet ein Nidoqueen haben können. Welches laut dem Pokémon-Film natürlich ein Wasser-Pokémon. Es gibt diese eine Trainerin im ersten Pokémon-Film, die sagt, ich habe meine Wasser-Pokémon und der einzelne Pokémon-Star steht, ist ein Nidoqueen. Man kann Nidoqueen nicht Surfer lernen. Das heißt, an dem Punkt ist es halbwegs eine Art Wasser-Pokémon. Oh, Savcon, das ist ein gutes Pokémon. Es ist merkwürdig, dass viele Pokémon, die vorher keine Entwicklung hatten, jetzt eine haben. Man nennt sich so, hey, die kenne ich doch, oder? Das ist trotzdem komisch, als vertraut, wie bei Familien treffen. Ja, ich meine, sowas braucht nur ein bisschen Zeit, um sich an neue Mitglieder in der Familie zu gewöhnen. Von der Julian, äh, frischer Sub, vielen lieben Dank. Oh, Sam, DJ Kerozo, 25 Monate, vielen lieben Dank. Pokémon Mystery Dungeon. Ich glaube, ich freue mich sehr auf Mystery Dungeon. Ich habe die Demo davon übrigens nie gespielt, weil, ich meine, ich werde die Vollversion dann spielen. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Aber ich bin sowas von bereit dafür, glaube ich. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich denke schon. Ich meine, ich mochte Mystery Dungeon eins am meisten. Ich weiß, dass alle, äh, zweiten Teil am meisten mögen, aber ich weiß nicht. Ich mochte Pokémon, äh, Team Rot und Blau am meisten. Schon allein, weil es die Partnerareale gab, in denen sich die ganzen Partner eingefunden haben. Das war so fucking cool. Oh mein Gott, irgendwann werde ich, irgendwann werde ich das vervollständigen. Der Blutsauger. Ah, 3 KP Schaden. Ah, Goldbart. Ah, der Schmerz. Miss Jordan Giants war das Einzige, weil ich es nicht gespielt habe. Ich habe es am meisten gespielt. Zwei habe ich aber auch relativ viel gespielt, davon weiß ich irgendwie gar nicht mehr so viel. Da ich es zuletzt gespielt habe, fand ich Team Himmel relativ, äh, anstrengend. Ein Dooflor. Könnte ein Problem werden, wenn wir nicht, äh, Magi hätten. Pokémon Ranger war auch mal ein Ding, das existiert hat. Ich wusste für die längste Zeit, ich, dass Pokémon Rangers, äh, eine Trilogie war. Ich dachte immer, es gab nur zwei Teile. Kann man mit der Elgato Nintendo Switch Gameplay streamen, braucht man dann eine andere Capture Card? Äh, mit der Elgato, shit, wie heißen die? Ah ja, du kannst ja mit der Switch anschließen. Jede Konsole, die einen HDMI-Ausgang hat, kannst du ohne Probleme anschließen. Und dementsprechend kann man das Ganze noch streamen. Weil es quasi als ein, äh, wie ein Spiel, die Spielanwendung am PC übertragen wird. Das kann man dann ganz leicht capturen. Himmel war so gut. Na, ich mochte Himmel auch, aber dann habe ich es nochmal gespielt und, äh, dann habe ich, was anderes gemacht, als mich durch die ganzen Shit-Dialoge von Bidifast zu skippen. Sondern ich habe sie tatsächlich gelesen und das hat meiner Illusion nicht geholfen. Ein Nebulak. Es ist schade, dass Pokémon Conquest nach Deutschland kam. Yeah. Ich habe mal auf Ebay geschaut. Pokémon Conquest bekommt man für so, äh, 80 Euro oder so. Dann geht Dark Souls 3-Mod weiter. Ich habe die Dark Souls 3-Mod vor, äh, drei Tagen durchgespielt. Ich will aber in abzimmer Zeit davon noch einen Run machen in der Sindas. Ich will, ich will einen Pommes-Panzer-Run machen. Habe ich auch überlegt, dass ich das heute machen werde? Dann dachte ich mir, na, wir machen heute Pokémon. Werde Schwert und Schildmann spielen? Ich denke ja. Frage mich nicht wann. Eines Tages bestimmt. Oh, shit. Ein Lat, ja. Ist auf Level 3. Ähm. Lassen wir Schlängel in den Kampf machen. Also, ich würde gerne, ähm, Magie reinschicken. Das Problem ist, Magie wird dann viel Schaden durch Gift nehmen und das ist nicht gut. Ich habe auch die DLCs gemacht. Die DLCs waren ziemlich einfach, tatsächlich. Äh, Soul of Sin, da war dann aber unfassbar schwer für mich. Apropos HDMI-Ausgang, ich habe mir jetzt so einen PS2-Converter geholt. Ist recht mir soweit vollkommen. Ich muss nur noch meinen PS2-Controller wiederfinden. Keine Ahnung, wenn er verschwunden ist. Die PS2-Converter habe ich auch für lange Zeit verwendet. Wenn du Pächer hast, hast du auf einen, bei dem der Sound unfassbar übersteuert ist. Das könnte passieren. Aber in sich erledigen sie ihren Job für das Geld wirklich gut. Vor allem, alle anderen PS2-Capture-Methoden sind wirklich teuer. Hm, ja, das sieht doch rezeptabel aus. Awesome, von der Magie Man 2, drei Monate, misst ab, wie bedienen Dank. Äh, 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 Gag, ah, boah. Das ist nicht cool. Einfach Fernseher abfilmen. Ich meine, es funktioniert dann zwischen Kameras inzwischen so gut, dass es nicht das Problem wäre. Das Problem ist nur, dass die kein, dass, äh, 60er-FPS-Kameras eher unüblich sind. Da ist es das, was die Sache schwer macht. So, das wird jetzt wirklich unvorteilhaft, wisst ihr das? Okay, zwei Hits reichen für Gag, aber. Oh, es macht nur zwei KP-Schaden? Schon. Okay. Ich war nie der größte Gag-Arbor-Fan. Ich habe immer das Gefühl, als Hydropi und Flemly die objektiv-richtigen Entscheidungen für Starter-Pokémon waren in Generation 3. Ich war in, ich hatte auch mal einen anderen Run mit Gag-Arbor, aber ich habe es nie ganz gefühlt. Ich war nie zu 100% überzeugt davon. Lass uns mal vor, es mal hart zu machen. Man, wir haben noch alle Zeit der Welt. Ich habe vor dem Jahr oder so Pokémon Rubin gestreamt. Allerdings ohne Randomizer oder sowas. Einfach nur ganz regulär. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ja, der Gag-Arbor-Marc hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich meine, Gag-Arbor ist okay. Reptanen ist ziemlich cool, aber Gewaldro? Mein Gewaldro ist auch wirklich cool. Aber es ist nicht so cool wie Logokko oder Zumpax. Aber das mache ich hauptsächlich, weil es nur vom Typ Pflanze ist und das macht die Sache sehr, sehr unvorteilhaft. So, wisst ihr was? Wir schauen einfach direkt nach, welchen Typ die Arena von eurer Rogko hat. Hier haben wir noch einen Trank kaufen an der Stelle. Welcher Typ wäre... Ich meine, optimal wäre es für mich, wenn wir eine Feuer-Arena hätten, Gestein, Boden, wäre alles unglaublich gut. Problem wäre Elektro oder Pflanze. Hoffen wir auf das Beste. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Gokko antreten kannst. Oh. Jetzt denkt man sich, oh oh, du Dummbud. Du hast ja was Dummes gesagt, aber er wird sich noch korrigieren am Ende. Kampf oder Käfer? Sie haben beide ziemlich recht, ehrlich gesagt. Uuuuuh. Das ist ein hohes Level, mein Freund. Naja, die Eichwahlknarre von Schlängli. Sie zündet nicht so richtig. Ich will immer noch in einer absehbarer Zeit mal nochmal versuchen, Monster der World anzufangen. Ne, ich kann aktuell noch nicht dazu. Aber das will ich eigentlich die Tage mal nochmal versuchen. Kaioga ist so viel stärker als Schlängli. Ich mein, wer seltsam wird nicht. Es ist Kaioga. Was war der Starter? Äh, Kaioga war der Starter. Sonst wäre ich nicht allein gewesen, einen Kaioga zu fangen. Das hätte sich als schwer herausgestellt. Level 10. Ein Makuhita. Okay, es ist also eine Kampfarena. So das Problem ist, nur Rocco wird auf dem relativ hohen Level sein. Ich denke, ich werde direkt mit Kaioga starten und kein Risiko eingehen. Ich habe allerdings das Problem, dass, ähm, Magie absolut nicht hilfreich sein wird. Bei diesem Kampf. Hm, sollte aber alles hinhauen. Monster der World zu spiel, äh, hat mich, äh, mehr gepackt, als ich es damals gedacht hatte. Man muss halt, äh, Bock auf Grinding haben. Ich weiß nicht, ich werde es sehen. Das Problem bei mir, als ich, ich habe uns nicht der World gekauft, ich habe es schon mal angefangen. Ich habe es nicht viel gespielt, weil zum einen, Gegner, äh, man braucht Jahre, bis man einen kehrt. Und zum anderen, ich hatte das, oh shit, war es Morph-Lanze oder sowas, als Waffe. Und, ey, habe ich nicht ganz verstanden, was zum Fick das Ganze soll. Und wie ich damit umgehen soll. Das heißt, das war Morph-Ax, Morph-Ax, genau. Ich habe das Gefühl, es war keine gute Startwaffe. Was ist leider los, weil es schon gespeichert. Ja, klar. Außer es geht irgendwas schrecklich schief, was dafür sorgt, dass ich die Aufzeichnung löschen muss. Weil was passieren kann, ist nur unwahrscheinlich. Der Rehleiter von Bamoria City. Okay. Ein Kickli? Das hat mich schon. Großschwärts für Anfänger zu empfehlen? Ja, einfach eine simplere Waffe. Oh, warum ich Schlängli gerade an erster Stelle noch? Das ist ein Fehler. Lassen wir es regnen. Meditation? Das war Meditation. Erhöht, glaube ich, Angriff, oder? Ja. Aha, Aquarelle. Nach diesem Kampf muss ich übrigens ganz kurz mal wohin verschwinden, wenn das okay ist für euch. Oh, Vergeltung. Oh, nein, 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 Oh, Gott, nein. Ich habe wieder R gedrückt. Oh, nein. Ähm, Moment, lass mich im Rahmen direkt. Ja, okay. Ja, das war, das war Kaijoga. Hoffen wir mal, dass Schlängli, ähm, einiges auszeigt. Oh, Vergeltung, war, war nicht gut. Oh, nein, er macht Meditation, er erhöht seinen Angriff weiter. Oh, nein, 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 Wicke? Ich weiß nicht, warum ich Wicke gemacht habe, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil ich, weil ich ja glaube, dass er seinen Kikli versuchen wird zu heilen, Fegekick. Das Kikli muss sowas von verschwinden. Yes. Kein Level up? Das ist okay. Und das Nächste ist das? Oh, Gott. Mrs. Cool, würden Sie bitte ein paar Schläge tanken? Okay, das war Mrs. Cool. Wir bekommen das alles hin. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe einen Plan. Okay? Es regnet weiter. Drei. Eventuell muss ich jetzt einen Angriff tanken. Drei. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Da ist die Vergeltung. Drei hat nicht überlebt. Es wurde ruhig hier draußen beim Team aktuell. Drei wurde besiegt. Okay. Oh, das war ein Fehler. Ich hätte noch mal Magnaien reinschicken müssen. Okay. Trank. Hoffen wir auf das Beste. Kickly macht Vergeltung. Vergeltung wird nicht gut für mich ausgehen. Wir heilen uns noch mal. Wobei vielleicht ist Kickly... Ah, Vergeltung ist, glaube ich, immer langsamer als der ich. Egal. Alfa Knarre. Meditation. Es ist schneller als ich. Meditation ist nicht gut. Das heißt, die Vergeltung wird in dem Punkt wahrscheinlich ein One-Shot sein. Oh, nein. Ich hätte damit gerechnet, dass die Aqua Knarre Hälfte von seinen KP abziehen wird. Ich dachte, ich mache 50% Schaden mit der Aqua Knarre. Ich würde sagen, das ist ein Reset an der Stelle. Es gibt, glaube ich, nichts mehr, was ich an der Stelle noch tun kann. Na, wobei, wir können es noch versuchen. Wir können es noch versuchen. Wir können, Lucky, wir können noch im Volltreffer landen. Weil es Kai-Yoga gestorben. Lange Geschichte. Es ist eigentlich noch alles möglich. Aqua Knarre. Wir müssen noch im Volltreffer landen. Da ist die Vergeltung. Und das war Schlengli. Yep. Okay. Magie. Zeig uns, was du kannst. Tecke? Oh, da ist die Vergeltung. Erb. Und wir, wir, wir sind, wir sind raus. Oh, wir fangen noch mal neu an. Lass mich auch vorher noch aufs Klo gehen. Deswegen, ich mache euch mal eben ein Lied an. Und dann, ähm, okay, mit Level 14 muss man an dem Punkt also rechnen beim ersten Arena-Leiter. Gott, diese Kickleys, die waren so viel stärker, als ich mir das jemals hätte er träumen lassen. Vor allem, der eine hat Kai-Yoga einfach per One-Shot gekillt. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich meine, wer wäre darauf vorbereitet gewesen? Wie auch immer, ich muss ganz aufs Klo. Bis gleich. 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 Ich geh mir noch schnell was zum trinken holen, falls euch wundert, ich bin gleich zurück. So much more I can be, there's nowhere that I'd rather be, when I'm away from you, and there's nothing I can do, do you think the same things to me? When the time has come, I don't want you to run, you know that you're the only one. All I need is you, for always and forever. All you need is me, remember when I say, all we need is love, for us to be together. Cause you're my love to run. All I need is you, for always and forever. All you need is me, remember when I say, all we need is love, for us to be together. Yo, der Nachmittag kann jetzt richtig losgehen. Ja, ich hab mir noch ein Schälchen mit Chips geholt. Das heißt, jetzt bin ich richtig bereit, für die richtige Gaming Session. Ah, das können wir bender an der Stelle. So, lass ich mich noch schnell, ähm, ich muss noch mal neu randomisen. Das heißt, äh, für Verzeihung, gib mir dafür noch kurz Zeit. Ja, das ist ein Hit. Oh, Pokémon Randomizer. Bauer 1479, frischer Sub. Ja, wie beden ihm Dank. Der Gamer Mode ist aktiviert. Wenn ihr das Lied, wie kann der Gamer Mode da nicht aktiviert sein? Absurd, allein die Vorstellung davon. Ähm, rechne ich einfach. Yeah. Okay. Also. Ähm, Pokémon Base Stats. Nein, die möchte ich, das möchte ich alles. Obert, wir machen Impossible Evos. Werden wir aktivieren. Hm. Starter Pokémon. Completely random. Ich denke, das ist das Beste. Die sollen ein Item halten. Starter Pokémon. Würde ich Unchanged lassen, ehrlich gesagt. Zeug mich an deine Sonic-R-Phase. Das war keine Phase, Mutter. Endgame Traits. Spielt keine Rolle. Moves und, äh, Movesets. Lass mir absolut gleich Trainer Pokémon. Type themed. Wir randomisen Trainernamen. Privale behält das Starter Punkt nicht ins gesamte Spiel. Äh. Naja, klar. Alles gut, alles gut. Will der Pokémon? Äh. Einfach nur random. Äh. Field Items. Randomized. Das wären jetzt Tweaks. Fast Text. Will ich haben. Running Shoes Indoors. Ziemlich gut. Klar. Randomized Sketch Tutorial. Okay. Ich denke, wir sind bereit dafür. Hm. Randomized. Save. Sorry, dass das gerade etwas länger dauert, als das jetzt. Das ist, äh. Sollte aber. Hier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nochmal, äh. Randomizer machen muss. Doch ein Aufsetzen. Feuer. Rot. Random. Manno. Done. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit für neues Abenteuer. Ich bin nämlich bereit. Herr Tottenberger. 22 Monate. Nein. Moment. 22 ist der Name. 5 Monate. Riss up. Warum heute so früh? Weil wir heute nur begrenzt, bzw. wir haben heute viel Zeit. Der hat mir, wir gönnen uns heute was. Was? Gab es Randweiser Rps, bei denen du wirklich bis Ende Spaß am Spiel hattest? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke schon. Ich weiß es nicht. Es ist lange her. Es ist jetzt nicht so, dass es mich gestört hat oder so. Es gibt nur die ein oder andere frustrierenden Moment. Ein Quapsel. Yo. Also. Ich habe übrigens Lace Hot & Spicy geholt. Ich denke, dass du die Chips so hattest. Ähm. Wir werden den Namen diesmal etwas aktualisieren. Nachdem es uns vorhin nicht gut ging. Boah. Ist ein bisschen mehr spicy, als ich erwartet hatte. Wir machen diesmal Mopi männlich. Mopi quasi. Also von der. Oh Gott. Cameron hat er es abgegeben. Und der. Bonobo hat ihn erhalten. Ey. Wie wir lieben Dank. Wie wir lieben Dank. Werden den Rivalen Namen geben? Chipsort im Ranking 1. Das ist eine gute Frage. Ich habe auch ein Ohr vom Rasex von All I Need Is Love. Ähm. Wie nennen wir ihn am besten? Hm. Was ist ein guter Name für den Rivalen? Hugo? Das gefällt mir. Ha ha ha. Er ist nicht Hugo. Er ist kein Zwillingsbruder Hugo. Ha ha ha. Ha ha ha. Mopi männlich und Hugo. Nein. Oh nein. Der legt das asiatische Essen noch sehr schwer am Magen zum Schluss. Doch was möge ich. Ich habe mir echt Chips gekauft für dieses Wochenende. Meine Regelung ist, dass ich mir Was irgendwie ungesunde Snacks und sowas angeht Dass ich die nur am Wochenende Mir eine Packung holen darf davon Deswegen muss ich das ausnutzen Ich habe vor länger zu streamen Als dachte ich mir, wir demonstrieren uns ein paar Chips Was trinkst du da? Dite Grapefruit Ich trinke immer Dite Das ist quasi mein Leben ab jetzt Ich dachte Hugos Zwillingsbruder Spart Nein, Daniel, da bist du falsch informiert Es gibt keinen Hugo Wer ist Hugo? Wovon redest du? Warum werden die Texte diesmal nicht skippt? Das ist seltsam Sieht sehr widerlich aus, wenn ich ehrlich bin Wie ich ehrlich sein soll Ich meine, sieht aus, wie es aussieht Uuuuh, Taboga, ziemlich gut Farbiegel Dafür bin ich nicht bereit Kingler Na, 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 na Wir nehmen Tauboga Ah, Kosename für Tauboga Kingler werden sich cool Aber ich habe schlechte Erfahrungen mit Wasser-Pokémon gemacht Absehend davon hatten wir doch in Schwarz auch ein Kingler Das war komplett Trash Hm, Vogel, McNugget Warum McNuggets Und nicht mal eine Vogel Manuela Ah, mir gefällt McFly McFly ist gut Sieht nämlich auch nicht komplett dumm Ist ein cooler Name McFly Marty Oh, McFly Oh, ja, ja, ich weiß Der Rahmen, der Rahmen, der Rahmen Tauboga Der Rahmen muss erledigt werden Bevor Sugimogi-Artwork von Tauboga Ist auch ziemlich sick Gott, ich bin etwas begeistert Sind ein paar erstklassige Artworks an der Stelle Schau euch das an Oh Gott, was habe ich getan Oh, ich habe es viel zu klein gemacht Okay Ich wollte es eigentlich eher hier rüber schieben So direkt oben ein bisschen wegschneiden So muss das Leben als Streamer also sein Wahnsinn Diese Spannung Man kann sie kaum Worte fassen Okay Ich fordere dich heraus Okay, mein Freund Dann zeig, was du drauf hast Ich werde versuchen, nicht so viele Chips zu essen, okay Ja, fahr die Finger weg von meinen Hot and Spicy Chips Die sind Hot and Spicy und sie gehören mir Die sind abgezählt Ich habe sie abgewogen, wie viele da drin sind Ah, Windschluss ist glaube ich super Trash In etwa sterbe ich gegen Kingler Ich habe die Tüte nicht heimlich mitgenommen Ist doch besser so Ich will ihn nämlich merken Muss man meinen früheren Mitwohner wirklich machen Wieso fick war das gerade? Zählt der erste Kampf gegen den Rivalen für den Nasog Challenge Chat? Der zählt nicht, oder? Ich meine Maybe lass ihn nicht gelten Das ist dumm So, ich soll es, ob ich irgendwas hätte machen können Außer meinen Eingriff machen Dieses Kingler war Ich will nicht nochmal neu randomize Es dauert super lange Also Alabastia Textgeschwindigkeit 3 Motiv 2 Oh, ich bin so bereit Natürlich zählt das Oh, du hättest bestes Pokémon auswählen können Aber ich kann doch nicht trainieren, oder so? So, wir neu starten Wollt Mono Sound Moment Oh Oh mein Gott Es klingt komplett anders Oh, es klingt so viel besser Wie immer jetzt soweit Ist mir egal Oh, dieser Samen Oh mein Gott Ich hätte so gern einen dieser Samen Der Samen wäre so fucking cool Bringen wir es um Hat er, glaube ich, auch eine unfassbar miserable Catch-Rate Das heißt Zum aktuellen Zeitpunkt Bin ich allzu traurig Dass wir keine Poké-Bälle haben Bisa-Lam Das ist ein bisschen Bisa-Lam Aber wir sollten es auch nicht holen Weil ich meine, das ist die Oh, ich hätt' wohl nur noch Das ist die Feuerrote Und nicht die Blattgrüne Edition Du wirst Du wirst ja Du wirst ja Okay, wir starten nochmal neu Wollt ihr wirklich, dass wir jetzt nochmal neu starten? Ich meine, von mir aus können wir das machen Es sind nur weitere drei Minuten mit nichts Nein, nein Wollt ihr mich verarschen? Jetzt sagt ihr alle nein Ja, nein Oh Gott Ja, ist ja was Nein, wenn ihr euch nicht einigen könnt Das ist so viel Ja Okay, machen wir nochmal von vorn Machen wir nochmal von vorn Diesmal werde ich versuchen Den ersten Kampf nicht zu verlieren Also Moment Das heißt, wir können Das ist eine gute Gelegenheit Für uns doch mal Ein Lied zu hören Das ist der Punkt, über den sich niemand beschweren sollte Dein Titel fehlte ein M Was für ein Titel Stream Titel Äh Gott, was war nochmal? Starter Pokémon Random completely Move und Movesets Nein, lass ich Trainer Pokémon Type streamed So Wild Pokémon Completely random Field Items Äh, randomized Selenius Fastest Text Running Shoes Indoors Natural Stacks At Start Okay Äh Randomize Lass mich noch den Ordner auswählen Feuer Rando 3 Okay Das ging diesmal wesentlich schneller Als der wartet Weil der Rando statt Random steht Alter, das ist kein Fehler Der soll Rando stehen Und nicht Random Okay Und jetzt Ich darf Okay Folgende Sache Ich darf am Starter Pokémon Keinen Fehler mehr machen Ich muss das Objektiv Stärkste suchen Ich meine an sich Fängt die Nights on Challenge Erst nach dem ersten Kampf an Das ist korrekt Aber Mir gefällt die Einstellung Dass ich keinen Fehler machen darf Das von Anfang an Das soll von Anfang an Ernst machen Und ich meine Vorhin habe ich nicht ernst Ich dachte mir Oh, auf lange Sicht gesehen Hat das Tauboga mehr Potenzial Es geht doch nicht auf lange Sicht Auf kurze Sicht gesehen Hat das Kingler einfach mehr Äh Mehr Schaden gemacht Und deswegen habe ich verloren Das ist einfach nur die Regeln Des Spiels Der Name ist Mopi Männlich Yeah Wer denn denn diesmal Högo Högo kommt aus Neuseeland Kannst du den Anfang nicht beschleunigen Der Anfang ist super schnell So wie ich es eingestellt habe Durch das die Texte Geskippt werden Hast du Interesse Ne Kailsversion von Pokémon zu spielen Ziemlich viele Dinge Die ich ja weniger spielen wollen würde Als das ehrlich gesagt Hygo kommt aus Hönn Aus der Hönn Region Stereo Shit Ihr habt recht Warum ist er anfangs überhaupt Mono eingestellt Das ist nicht cool So kann ich jetzt Okay Mein Gott Es klingt so viel besser Es ist Es ist so ungewohnt Stern du Top Tier Sehr gerne bist Ziemlich gut Ich denke wir haben unser Pokémon gefunden An der Stelle Außerdem alles Wasser Pokémon Mh Mh Lamos ist schon ein gutes Pokémon Was wird der Name für Lamos Lamos los Gefällt mir nicht Lamos 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 Giraffe Mh Mh Fieser Vetter Fieser Vetter Ich glaube dafür haben wir Keinen Platz Aber es gefällt mir Fieser Vetter Passt nicht hin Was wir haben ist Fieser Vett Fieser Vett Ist also sein Name Okay Fieser Vett Fluch Gerner Tackle Heuler Naja damit lässt sich Arbeit Ehrlich gesagt Okay Klingt wie eine OSC Entwicklung Von dieser Sam Fieser Vett Yeah Sehr gerne bist Oh der Backspite Von Fieser Vett Ist ziemlich cool Wir werden nicht tacklen Wir müssen Wir müssen gezielt vorgehen Das heißt ich darf nichts mehr dem Zufall überlassen World Pull Trash Angriff der nicht trifft Oh mein Gott der Tackle macht wirklich nicht viel Damage Aber Wir lernen uns langsam Ich glaube ich werde fast Fluch einsetzen Ehrlich gesagt World Pull Sehr gerne bist Scheint nur World Pull zu können Das heißt Mich nicht für sehr gerne bist Entschieden zu haben Ist die richtige Entscheidung gewesen Andere Verteidigung Lass alles steigen Wir machen nochmal Fluch Und dann soll ich bereit sein Anzugreifen Ich sehe schon die Aids Taktiken kommen Verzeihung Nur weil ich hier Eiger spame Und dann Fluch Aber was stimmt damit nicht Oh Gott Ich wollte nicht nochmal Fluch machen Vor allem ist es so unnötig Was auch immer Eine Hoffnung Sagannabes Pokédex Einträge Scary as fuck Was steht dem Pokédex Eintrag von Sagannabes Was mit dem Artwork Ach ja Shit Gleich Jede Sekunde Quapuzzi ist auch ein cooles Pokémon Der Putzzi ist leider Nur nicht allzu stark Steht, dass Leute leer trinkt Ich meine, wenn nicht Quapu? Ich weiß nicht Ich mag Quapuzzi mehr als Quapu Ehrlich gesagt Quapu ist auch ziemlich cool Es geht der Rände Wirklich cool Entwicklungsreihe Ach Hypnose Komm schon Spielst du die Wasserblaue Edition? Ich wünschte Ich weiß Im vorherigen Run Was die Wasserblaue Edition Nicht nur die Wasser Pokémon hatte Und alle waren fürchterlich Komm schon Der Tickle Fieser Fett Hey Level 7 Ich meine Ich will ehrlich sagen An der Stelle Die Sache ist Dass wir Lamos bekommen haben Freut mich ungemein Denn Ich habe das Gefühl In jüngster Vergangenheit Gehört Hat sich Lamos Zu einem meiner Liebsten Pokémon entwickelt Ich weiß nicht genau warum Aber irgendwas An Lamos Ich meine Man kann sich damit identifizieren Und es ist einfach Einfach ein gutes Pokémon Schau euch das an Schau euch das Bild an Dass es jetzt die ganze Zeit Über anlächeln wird Ist einfach ein Erstklassiges Pokémon Man kann es nicht anders sagen Schau euch das an Oh ich hätte auch Neinen Trank mitnehmen sollen Das ist ein fieser Fetter Wenn ich jemals einen gesehen habe Äh Tickle Der fiese Fett Vylord Sollte Oh Wir gerne Und ich mal eben In den Schlaf Lashlocking Ist nicht so cool Wie Lamos Gott gerne Ist auch so ein guter So ein starker Angriff Für den Beginn Der Walzer Ich will auch nicht Mit der Tanz gehen Vylord Können dieses Pokémon Sich im Gras aufhalten Ich meine Wenn es quasi Läuft es quasi Durch das hohe Gras Und denkst du Ein heißer Fallon Fliegt vorbei Ist in Wirklichkeit Ein Vylord Ich weiß Ist ja Luftwahl Oder sowas Das Konzept von Vylord Ist dass es mehr Ein Zeppelin Als ein Wal ist Das heißt Es wäre theoretisch Möglich Weil es Schweben kann So ein bisschen Ich bin wirklich froh Dass man die Texte Einfach so Beschleunigen kann In Stufe 3 Dass es Dass das Ganze Dann wirklich Schnell vergeht Das könnte Das unfassbar Nervig werden Was passiert Wo ist Kyoga Äh Rocco hat mich Gekillt Rocco hatte Zwei Kicklis Und die zwei Kicklis Waren nicht Zu Scherzen Aufgelegt Das erste Kickli Hat mein Kyoga Mit einem einzigen Angriff Gekillt Alle KP Nach einem Schlag Abgezogen Das war sehr Sehr demütigend Jetzt wird Scabards Sword Irgendwann weiter Ich hab Scabards Sword Vor Monaten Durchgespielt Naja Ich soll wahrscheinlich Den Rest Irgendwann Auf YouTube Noch hochladen Oh Oh Ich bin so sehr Stolos Ich werde da nicht Gegen dich kämpfen Ich habe da nicht Keinen Angriff Der effektiv dagegen ist Oh mein Gott Stolos ist Oh Stolos ist so cool Stolos ist ein Top tier Pokemon Gibt es Leute Die Stolos Nicht mögen Ich hoffe die Antwort Ist nein Bruder muss Stolos Oh Gott Ich werde willkommen Zu Quapuzzi Ja Quapuzzi ist sick Damit hätte ich Absolut kein Problem So kann ich jetzt Gernabiss anschauen Nationaler Decks Das wird ein bisschen Dauern Das müsste ja wohl Nummer 300 Oder so sein Ja Relativ Gegen Ende Weilort Oh mein Gott Das hat ein Muschelbikini Oh Das sieht so seltsam aus Das ist seltsam Die Artwecks von Pokemon Kann man sich auch Anschauen Wenn man sie noch Nicht besitzt Das lässt Das lässt Zweckgefühle In mir Wenn ich keine Ahnung Hat dass ich sie Für einen Fisch Empfinden kann Ah ich lag falsch So wir haben jetzt Auf jeden Fall Fünf Pokebälle Das heißt Was fangen wir Ich mein Das Motto dieses Teams Ist fieser Fett Und das ist ein Ziemlich fieser Fett Wenn ihr mich fragt Ah Okay Mal Margarita ist Grundzulide So Dann hat das Training Macht es stärker Es ist ein tepferes Pokemon Das hier an der Attacke Trotzen kann Ich weiß schon Den perfekten Namen Für Margarita Wir nennen es den Äh Ist der Fettsack Das heißt Unser Team Besteht jetzt aus Fieser Fett Und Fettsack Ich mein Das ist Komm schon Was passiert Auf dem Beutel Wenn das kein Fettsack Ist was dann Das ist nicht frech Ist einfach nur Was ist das So lass mich das mal eben Zuschneiden Ich weiß wirklich nicht Wom die Musik Mal pausiert wird Wenn ich raus habe Ich hab euch eingestellt Dass das nicht pausiert wird Wenn man raus Habt alles Aber irgendwie Musik wird trotzdem Pausiert Seltsam Bisersamen Bring es zu Ende Fieser Fett Ich möchte es nicht sehen Warte Warte War es nicht Vorhin beim Tombogal Run Als hier ein Wiesersamen war Warum ist schon wieder Wiesersamen Das ist die Fett Lock Challenge Okay Ist ja was Nein Wiesersamen sollte Guter Fahrungspunkt Die geben Ich werde nicht abhauen Ja Fäule zu machen Das Team ist jetzt schon fast besser Als das letzte Hey Mein Team von davor Hatte Top Tier Pokémons Problem war nur Dass es sehr 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 unausgeglichen war Extrem unausgeglichen Aber ich hab das Gefühl Wenn ich diesmal Dem Kickly gegenüber treten müsste Ich wäre vorbereitet Mit meinem Larmus Außerdem Elke Shira 16 Monate Ries up Vividu Dank Und Kami Hi Willkommen Pokémon Set Also wir gehen direkt Nach Westen Und werden das nächste Pokémon fangen Das restliche Team Relaxo Turtok Weimar und Dragoran Traoran Zieht als fettes Pokémon Ich weiß nicht Ich werde auf jeden Fall Mit dem Trainer Noch ein bisschen warten Denn ich hab gelernt Dass seine Pokémon höher sind Als man sich das wünschen würde Ich werde erstmal Ein paar Pokébände mitnehmen Sechs Stück Yeah Und dann sechs Tränke Dankeschön Traoran war für eine lange Zeit Mal immer so mit Eins meiner liebsten Pokémon Eins meiner Lieblings Pokémon Ich denke immer noch Ich denke immer noch Das ziemlich solide ist Aber Ja Ich mag das früher mehr Als es heute der Fall ist Es ist halt wirklich nicht gut Makrita kann Tech und Energie Fokus Daran sollen wir noch arbeiten Fahren wir erstmal noch Ein Pokémon Ich meine Porrenta ist quasi was zum Essen Das heißt Das passt auch ins Konzept An der Stelle Ja Das wäre es wirklich Ja Das wäre ein bisschen dauern Machen wir gerne Und Tech Das Problem ist Porrenta ist halt auch Porrenta ist kein Pokémon Das wir wirklich verwenden können Es ist halt Es kann nicht Die sollen nicht gut werden Anton wäre fett Aber Anton dann nicht mehr Deswegen muss es Anton bleiben Neustart Was meinst du? War es eine Frage Oder willst du gerade Provokant anmerk Dass ich neu starten sollte Weil ich jetzt Ein Porrenta fangen muss Anton Fett XD Das ergibt nicht mal Sinn Ah Gott Bleib doch im Pokéball Hm Hast du mal im Video erwähnt Dass ich die Verentwicklung Von 3 Jahren eigentlich Die Verentwicklung Von Miniotics sind Allein vom Aussehen Nein Die kommen aus der komplette Nein 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 Das funktioniert nicht Oh mein fucking Gott Es hat den Es hat den Der Porrenta so eine miese Empfangrate Es bleibt einfach nicht Im Pokéball Ich bin fast dafür Sich es einfach umbringen Ehrlich gesagt Okay Wisst ihr was Wir werden es umbringen Sache ist Porrenta wird mir nichts bringen Und ich habe keine Pokébälle mehr übrig Dafür Ich brauche auch die Pokébälle Für Pokémon Die mir tatsächlich was bringen Ich kann nicht noch mehr Pokébälle für Porrenta opfern Es wäre einfach nur ein Fehler An der Stelle Porrenta ist halt einfach Trash Es ist schlicht und ergreifend Kein gutes Pokémon Es kann uns nicht wirklich In den Konfliktsituationen Weiterhelfen Äh Gehen wir mal Krita trainieren Das sind manchmal die Entscheidungen Wie man treffen muss Wir haben halt Sag ich Vorhin bei dem anderen Run gelernt Man hat wirklich nicht so viel Geld Zu Beginn des Spiels zur Verfügung Porrenta wird im XY Speedrun benutzt Das ist nicht XY Das ist Generation 3 Wenn mir relativ sicher ist Porrenta hier wirklich nicht gut ist Schon wieder? Warum sind das Warum sind die Route 1 Pokémon so ähnlich? Wow Das ist eine Menge Damage Dieser Fett Errichte Milotic für uns Ich hätte mir am ersten Run heute Milotic gefangen In Route 1 Was ziemlich cool war Dann bin ich ja gestorben Und das war nicht so cool XY auch noch Weil man es nicht easy ertauschen kann Und ein sehr hohes Level hat Ah okay Das müsste auch generell wahrscheinlich Akzeptabel mit Movepool X und Y haben Hier in dem Spiel Nicht unbedingt Gibt es eigentlich das Gebiet Oder die Map Für den Fallen des Pokémons Besteht ja auch noch aus drei Maps Wenn ich mich nicht irre Oh das Gebiet Oder die Map Für den Fallen des Pokémons Welches meinst du? Welches Gebiet? Man sieht alles Was der neues Gebiet ist? Also steht ja Oh mein Gott Das ist doch nicht mein Schritt Steht ja aber oben links Dran Wenn man ein neues Gebiet betritt Da können wir uns echt Ganz gut erkennen Wo man noch was fangen kann Und wo nicht Wissenweise bin ich sehr risky Ich kann den Kampf nicht machen Das Marquita wird gleich Im Volltreffer landen Oh Den werde ich nicht überleben Ich darf in Mountain Moon Drei neue Pokémon fangen Weil sie aus drei Karten besteht Das war meine Frage Nein, nein, nein Es ist ja trotzdem nur Mount Moon Auch wenn es drei Karten sind Es ist ja trotzdem nur Das eine Areal an sich 18 Erfahrungspunkt Das ist nichts Level 39 hätte Purenta Schlitzer gelernt Du hast was verpasst mein Freund Was hätte Purenta Hätte Purenta sonst Vor Level 39 Noch irgendwas gelernt? Oder wäre es einfach Wirklich komplett shit Ich meine Level 39 Schlitzer Klingt nicht gut Dann wären wir ungefähr Bei der Top 4 Schnabel Furienschlag Oh mein Gott Wirklich? Oh mein Gott Das wäre das Schnabel Furienschlag Pokémon gewesen Die gefürchtete Zornklinge Ich meine sie ist relativ gefürchtet Aber Nicht unbedingt von Purenta Okay Purenta war vielleicht Vielleicht war es die gute Entscheidung Nicht noch mehr Fruchtgebälle Zu verschwenden Ah, ich wollte nicht Fluch machen Na real Das aktuell ist Läuft aktuell ziemlich zäh Weil Mark Rita Kein Angriff lernt Aber Wir müssen aber vorsichtig sein Ich kann nicht Die Fehler vom letzten Mal Wiederholen Nächstes gibt Melothek Wirklich gute Erfahrungspunkte Nicht fluchen Doch, doch, doch Manchmal gehört das Zur Profan-Erfahrung dazu Ich weiß noch gar nicht Bis zu welchem Level Ich am besten Fettzack trainieren will Können wir Der stelle ich mal Mit Mit Mark Rita Selbst kämpfen Oder wäre es Immer noch Ein großer Fehler Volltreffer Das ist kein guter Damage Mark Rita Level 13 Ernt Mark Rita Überwurf Warte Mark Rita lernt Welche erst auf Level 13 Den Level 13 Lernt Es den ersten Brauchbaren Angriff Lernt es nicht Armstoß auf Level 8 Oder so Wirklich erst auf Level 13 Auf Level 10 Lernt es Armstoß Dann würde ich sagen Es ist erst mal Es ist erst mal Ein fieser Fett Solo Run Bis wir durch den Wald Durch sind Das Gefühl Wir haben nicht ganz So viel Zeit Um es jetzt erst mal So lange hochzutreten Das dauert ja Jahre Mark Rita Mark Rita Wäre immer eine Enttäuschung für mich Für mich nicht Ich habe gute Erfahrungen Mit Haryama gemacht Ich werde Mark Rita Im Wald gegen Trainer Trainieren Ich denke das wäre ganz Sinnvoll Und das Item Da oben links Muss ich noch mitnehmen Oh mein Gott Ich hätte so gerne Schneckmark Oh mein Gott Schneckmark und Makago sind so Coole Pokémon Oh Warum mache ich Kein Schneckmark Oh das wäre so cool Haryama fand ich Nur ein Pokémon Go nützlich Nein Generation 3 War Haryama Eigentlich ziemlich Akzeptabel Haryama hat mich In der Rubinien Zirung mal Gegen Grodon Gecarried Das ist eine Pokémon war Welches nicht nach einem Schlitzer Von Grodon Down war Das heißt Wie gesagt Ich habe gute Erinnerungen Daran Oh Text Nein 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 Schneller Text Ist schön und gut Aber ich muss auch Wissen was für Items ich finde Mentalkraut Hier ist das Pokémon Von Anziehung Klar warum nicht Makago hat eine Wasser Doppelschwäche Ist halt auch eine Bodendoppelschwäche Makago ist trotzdem Cooles Pokémon Okay Also Rote 2 Können auch Rivalenkampf machen Allerdings ist er Level 9 Und ich muss etwas Aufpassen Warum sind das gerade Alles die gleiche Poké wie beim letzten Mal Klar Versuchen wir es Versuchen wir unser Glück Das habe ich vorhin auch im Ich werde Tanja bald gesehen Autsch Autsch Das tut einfach nur weh Kein Latias für mich Wie es aussieht Danke Volltreffer Versüßt meine Pokémon-Erfahrung Jedes Mal aufs Neue Ist einfach mein Lieblings-Gimmick Aus dem Spiel Oh Gott Da nehmt das andere Legende Psycho Pokémon Das Problem ist Wir werden Girachi Dich geschwächt bekommen Es ist Psycho und Stahl Das kann aber schon Konfusion Ähm Ich denke Ich werde einfach Fluch einsetzen Ein paar Mal Verrate Mega Ist doch mega hoch Bei Girachi Ich habe absolut keine Ahnung Ich werde auf jeden Fall Probleme haben Girachi zu schwächen Also du schon aufwachst Ach komm schon Nein bitte nicht Okay Fluch Ich muss definitiv Meine Stats Äh Bisschen buff Bevor wir weiter Gegen Girachi vorgehen Gerne Wunschtraum Halt auch glaube ich Oder Halt es in ein paar Äh Fangrate ist bei 3 Ich weiß nicht was das bedeutet Ehrlich gesagt Ja ich muss auf jeden Fall Versuchen Es äh Ich muss hier mit dem Tackle Viel Schaden machen Könnte man die Fangstros Randomisen Äh man kann sie Man kann machen Dass die Fangrate generell höher ist Bei allen Pokémon Das ist das schlechteste Was man haben kann Ist Fangrate Au Hm Das ist nicht gut So wer ich Du wirst es nicht kriegen 1,6% Ähm Lass mich doch einmal Fluch machen Und dann versuchen wir es einfach Vielleicht Like on one shot Nein Shirachi Beziehungsweise ich könnte Shirachi Vielleicht one shot Wenn ich im Volltreffer lande So um es noch einzuschläfern Wahrscheinlich hätten Gifts abzubekommen Ist niedriger Ja sie ist eigentlich höher Oder Ich weiß nicht Müsste eigentlich höher sein Na Moment ist sie nicht Ich lag falsch Shirachi ist eingeschlafen Okay Los geht's Los geht's Wie viel Schaden macht jetzt dieser Tackle Ich kann noch einen machen Wenn Shirachi noch eine Runde schläft Fuck Egal Wir haben einen Versuch Flieg Pokeball Flieg Pokeball Ah Flieg Pokeball Wir haben auch keine Zeit Einzustehen Was wir früher oder später So oder so Noch Erholung machen Ich weiß Dass ich gerne einsetzen sollte Ich werde ich davon ausrennen Dass es jede Runde sich wieder aufhält Oder sowas Aber Gott das war einfach nur Shit Jetzt macht es Erholung Nein Ach Gott Okay Okay Wir haben noch zwei Pokebälle übrig Das reicht vollkommen aus Los Würfel rollt Ups falsches Spiel Was für ein Spiel hat mit Würfeln zu tun So Entweder du lebst oder du stirbst Shirachi Mir ist beides recht Ehrlich gesagt Was den Tackle angeht Knapp Seht her Sobald ich Gäner einsetze Setzt es Erholung ein Okay Sobald es aufwacht Werde ich hier Instant Gäner einsetzen Dann laufen wir auf das Beste Warum geht mein Tackle daneben Ich meine es beschissener Tackle Wie oft Wie oft Keine daneben gehen Wie viel AP hat Erholung Ich denke Es spielt keine Rolle Ich habe wirklich nicht viele Pokebälle Also er ist diesmal Mache ich den gerne Rechtzeitig 10 Das ist okay Rundstraum wurde erfüllt Perfekt So Tackle Konfusion macht halt so gar keinen Schaden Bitte nicht Mein Eingriff ist so stark erhöht Haben wir eine Verteidigung auch Lass mich bitte angreifen Oh das läuft alles nicht so wie es das sollte Ich habe schon fieser Fett Dann habe ich es mal eingeschläfert Und dann passiert das Oh und fieser Fett trägt ein Item Ich sollte mal nachschauen welches das ist Und es ist wieder wach Okay Gerne Ich bekomme das hin Ich weiß es einfach Eingeschläfert Oh Gott Kannst du aufhören verwirrt zu sein Oh mein fucking Gott Die Shirashi ist so anstrengend Oh es ist ein Retro-Gott 25 Bits Wie viel lieben Dank Ah Tackle Jetzt bärmt es Wunschtraum Das ist beschämend Außer mehr von Keshira Er gibt's ab Wie viel lieben Dank Der Mimikyu hat ihn bekommen Wie viel lieben Dank Gruss Wunschtraum Okay komm schon Dreimal Tackle Und dann kann ich den Ball werfen Er schläft Das ist ein guter Anfang Also im Antretepunk Er dreimal Tackle Wie viel lieben Dank Schon Warum ist das aktuell heute alles so langwierig Schlaf noch eine Runde weiter Shirashi Noch eine Runde Nicht zu trank Wir brauchen den Pokéball Los geht's Runter AB Gott Er schläft noch Okay Letzter Pokéball Letzter Pokéball Komm schon Okay Okay Das war's Wir können die Ratschi killen Ich mein Wir haben's versucht Ich hab alle meine Pokémon verloren Es hat Pokéball verloren Es hat nichts gebracht Aber Shirashi kann verschwinden An dem Punkt Ich bekomme ein paar Erfahrungspunkte Links und B Links und B Klingt einfach nur dämlich Das ist soweit Eine sehr deprimierende Ausbeute Warte Ich hab eigentlich in dem Run Den ich verloren hab Unter Memorial City Das Pokémon mitgenommen Ich glaub nicht oder Ich glaub das hab ich verpeilt Unglücklicherweise So ich trau mich auf jeden Fall Noch nicht gegen den Rivalen zu kämpfen An der Stelle Das heißt wir gehen einfach weiter Musst B spammen B spammen klingt einfach nur dämlich Längst B klingt sehr politisch Das hat diesen Stream und Chat Nicht zu suchen Yeah Yeah Das ganze Selbem gute Video Bei Tania City Oh ok Man spammt L&R Wenn ich das mache Dann ploppt das Optionsmenü auf Mit irgendwelchen Tutorials A B Start Select Resetet man damit Nicht die Konsole Liberal B Das Team sieht anders aus Hast du verloren Ja Ich hab sowas von verloren Hoch und X Das ist ein GBA Spiel Da gibt's kein X So fieser Fett Was hast du für ein Item Oh ja Das hab ich ihm gegeben Warum war ich verwirrt gerade Ah wie auch immer Versuchen wir Fett sagt zu trainieren B B B B B Denn auf Level 10 Lerntest den ersten Akzeptablen Angriff Oh Gott Tangella Hm Dieser Fett sollte Eigentlich mit Tangella Fertig werden Wo war ich versagt? Äh Bei Rocco Rocco hatte zwei Kickli Und das erste Von den Kickli Hat meine Kai Oga Ähm Per One Shot besiegt Und an dem Punkt War alles vorbei Tangellas Schuhe Irritiert mich immer noch Warum hat es Schuhe? Ist generell so ein seltsames Design Man sieht das Gesicht von dem Pokémon nicht Wie es eigentlich aussieht Dann trägt es doch Schuhe Ist irgendwie alles einfach zusammengewürfelt Hey Da ist mein Volltreffer Soll es barfuß rumlaufen? So wie alle anderen Pokémon auch Ja Solider Kampf Verzack Sehr sehr solider Kampf Das sind scheiß Viele Erfahrungspunkte Für so ein random Pokémon Eine Granabeere Ist die Granatapfelbeere Man merkt Wer zivilisiert ist Wäre nur ein dreckiges Tier Nein Nein Das ist ein RIP Das ist ein RIP Oh Gott Warum? Oh Gott. Purente hätte eine Chance gehabt. Hätte es. Oh mein Gott, ja. Purente hätte es besiegt. Hätte ich Purente gefangen, wäre das nicht passiert. Gott. Purente.